Musik 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 Danke, 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 ich hab wohl nicht richtig gehört, Sie sind ein Mann im Mond, sag mir ganz anders, wo ist denn? Den Mann im Mond, den gibt's ja gar nicht. Aber, aber, wenn Vollmond ist, dann sieht man doch immer so ein breites Handkuchelgesicht. Was Sie sein Gesicht halten, sind meine Vorgewirkschaften. Ausdrücke haben Sie hier, was? Selbstverständlich sind Sie meine Gäste heute Abend wieder die Mondpapäne, wo ein informatisch ein Fachstab, wobei ich Sie den Sterben und den Sterbenbildern vorstellen möchte. Wenn Ihnen und der schönste Arme steht, wird die Sterbenbilder eine hohe Kurve, und der schönste Reden und der Scheiße zu finden. Oh, 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 oh. Juhi. Komm, du bist doch nicht in der Einladung, das ist doch eine Kleinigkeit gegangen. Ja, schon, aber so kann es sich ja nicht noch in der Schattelgesicht bleiben. Oh, ja, aber wenn nicht ich bleib, wie ich bin, bin ich hier als Arztfrau. Du, ich hab da nicht mit. Ich hab da die Jungfrau. Wir haben gleich bei mir die Plastik. Bitte? Ja, das könntest du ansehen. Soll ich als Jungfrau verkleiden? Den Klub will ja durchgehen. So, so. Von einer gewissen Erlung an, glaub man so. Ach, Quatsch! Wie kommt doch mit meinem Juli ja nicht in den Jungfrauen gleich drin. Dann zupst es dir eben ein bisschen zurecht. Zupst es dir, alter Sohn, man hat doch keiner Ahnung von Autos und Türen. Man spricht wohl oft mit den Erdchen vor deinen Mann im Mond. Doch ist ne flotte Wicht, ne wick in den goldenen Fron. Man spricht wohl oft mit den Erdchen vor dem Erdchen. Man spricht wohl oft mit den Weichen. Und wiederum von einem Wichtige, Fron, leiser Bremskraft, Ernst und Heide rein. Man spricht wohl oft mit den Erdchen. Man spricht wohl oft mit den Erdchen. Lass dich auf die Wendy türen, oh wenn du' so wie die Dauer und du lebst das Gebränchen leuht die potschen rum. Das ist mein Entzug, oh ihr weiß das eine Vergnung. Wenn du mal reden wollten, oh ich du mir lasst mich schicide, verschweigen in dem Fugel auch wenn ich den lieber nicht. Es wird auf der Lande verfügt, es gibt da wir, denn jeder kann eigentlich im Augenstein aus dem Seher. Es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt. Es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt. Es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt. Es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt. 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 Es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt. 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 Es wird auf der Lande verfügt, es wird auf der Lande verfügt. 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 Naja, wie man lebt, so sieht man auch. Das müssten Sie als Venus aber eigentlich nicht. Wow, und das muss mir ausgerechnet die Jugendfrau sagen. Hummel Hummel. Macht's, mach's. Immer witzig, verheirter Natur. Und der Gott des Handels. Mit Pinstermin gemacht man keine guten Geschäfte. Und ich bin der Gottesgeweg. Du hast ganz schön abgenommen, mein D 후�. Und wundert nicht das? Die ewigen Einschränkungen, Rezeptionen und Sparmaßnahmen. Sparmaßnahmen? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Wir sind auf dem Mond, alle Westen und Spar. Das verstehe ich nicht. Bei mir wird niemals gespart. Seit 3000 Jahren. Na ja, du, als hübscher Gott des Krieges, bist du im Alltag jeweils. Vielleicht. Über mangeler Nachfrage kann ich es jedenfalls nicht mitlagen. Mr. Maas, Telefon. Ich hab ja schon. Nein, nein, nein. Lass mich denn. Na, Dika? So allein heute Abend? Die Jungfrau. Darfst du denn schon meiner Hand sprechen? Ich darf alles. Wenn ich mich ordentlich anstrenge, bin ich sogar damit. Erzähl doch mal einen von deinen Wissen. Die verstehst du doch gar nicht. Was? Wenn ich wollte, könnte ich sogar dich aufklären. Ach, Prinz Sterbenschnuppe. Angebetete. Ah, hilfst mir, Schlüsselchen. Meine Lieblingsblumen. Sehr aufgeregt sein. Wie diese Blumen, so möchte ich Ihnen das Kleine, sagt, irgendwann zu küssen lehnen. Denn ich behehre sie seit 2521 Jahren. Sie? Sie? Sie sind mir zur Reise durch die Kleine verbringt. Und da wollen Sie mir verspreisen, wie der Traum ist sein. Männer, dieses Misstrauen haben wir nicht verdient. Also, Traum, ich schwör' ja eigentlich mein halb. Frau Ruder, Mann sein heißt, treu sein. Wie für die Träume hab ich den Wind gebracht. Ja, ja, ich werde das, Herr, das ist ja nicht. Ich trage Sie doch mal zum Angesicht der himmlischen Herrbeschmacken. Wollen Sie die Weile werden? Mein lieber Brichs, ich bin heute nicht im Spiegel. Wir wollen Sie sprechen, Herr Tau. Wissen Sie was? Kommen Sie in Wasser, sagen wir, zweihundert Jahre. Oh, wir sind heute nicht im Spiegel. Kannst du schon denken? Sie wird die Mondschwein so nahe vorschlagen. Ich bin heute nicht im Spiegel. 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 Pardon. Wir suchen von der Erde. Hennig, Verweidschaft, die ich hier oben breitmachen will. Herr Ohl, Sie. Führe die Menschen, Herr Mann. Wahrscheinlich Kunden von mir, die mich suchen. Hier bin ich. Die Menschen, bitte, Mann, Herrschaft, uns warmenlose Aufstellung. Vernehmt euch nicht selber, wie die Menschen. Das kann direkt hier von der Ehre ein, was loskommt. Sie sollten sich aber nur zu dem Sieben geben dafür. Und? Die Brüder verstehen ja, um die Party zu organisieren. So sieht's nicht mal im Kaffeekäse bei meinem Paradox aus. Das sollen Menschen sein, die hab ich mir aber ganz anders vorgestellt. Vielleicht haben wir uns nur die falsche Sorte geschickt. Und mehr! Ist er ruhig? Schau mal. Schau mal. Darf ich mich meine Gäste bitten, sich denn für Römer ein bisschen vorzustellen? Wir statten Fritze Steppke Berlin Luftschiff-Karität. Oh! Oh! Wir in Pannecke Fortier! Ich wiederhole. Wir in Pannecke Fortier! Fortier? Ja, ja. Was ist denn da? Ja, was soll ich Ihnen das erklären? Die glauben ja gar nicht, was das für Mühe macht, den ganzen Hof in Ordnung zu halten. Ach, das ist am Hof der Frau Lunas nicht anders. Ach, wir verstehen. Sie regieren gleichfalls. Na ja, jetzt schon, aber nicht am Hof, sondern auf den Hof. Ich regiere eben nicht. Ich muss ihn sehen. Der Mond, der hat ja bloß manchmal so'n, so'n Hof. Ich hab ihn immer. Ja, das stimmt. Er ist auf dem Hof und er muss reden. Aber ich regiere, weil er ist mir nicht gebraut. Mathilde Pugelgebach, eine vibrierte ... Ja, schon. ... Bonjour. ... ... Ja, ich hab mich halt ... Ja, ich hab mich nicht so recht gezuckt. Ja. Aber da leiner hat er schon noch ... ... Auf, du, du. Auch, du, du. Auf, du, Blemmermeier und Brinksch nayge. Herr Jemini, bei so viel Aufwand, trauen muss ich ja gar nicht zu sagen, was man eigentlich wirklich ist. Ich würde sagen, ich bin Körperbekleidungs-Ingenieur. Ich weiß wie ich Astrologe. Astrologe? Ach, Astrologe. Das ist doch hier wie hier, der den Himmel in meine Westtasche. Das ist doch interessant. Kommen Sie, ich stelle Sie den Sternen hervor. Liebste Jungfrau, Herr Lämmerweiler, nichts. Was machen die lieben Kinder hin? Kinder? Ja, Kinder. Zwillinge? Ach, die haben ja nichts wie Dummheiten im Kopf. Gestern erst haben sie sich den großen Wagen geholt und sind damit über eine Stunde in die Milchstraße auf und ab gefahren. Und was denn? Apropos Zwillinge. Die Zwillinge, das sind wir? Ja, vom Wassermann. Nee, das kleine Pferde. Aber Sie sind doch gar nicht mit dem verheiratet. Ach, nun sei sie doch mal nicht so kleinlich. Was kann ich dafür, dass mich der Wassermann eines Abends einlut? Ich solle mit auf sein Zimmer kommen, um seinen neuen Wasserschlauch auszuprobieren. Also, du bist so eine Jungfrau, ich bin noch nicht runtergebrochen. Und Sie wollen aus Berlin sein. Was ist das? Der Mondhelmer, das hört man doch. Die kommt ja aus dem Schlauch heraus. Wenn ich zur Erde komme, die Stirnworte, und alles erzähle, schmackt sich dann die ganze Anthologie. Heiliges Ganonrohr, die sehr durchstabeln. Mein Lieber, Herr Levermeyer, Sie sollen alle meine Stirnworte werden. Es kann ich für Sie in meinem Fall jetzt, in Zulien für Schärmanns. Applaus Vielen Dank. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mein sehr geehrter Herr Stepp, ich habe hier in mir durch Fräulein Marie Busesbach zugeschickten Unterlagen erhalten. Solche Leute wie Sie suche ich. Ich bitte Sie, sich allerschnellstens bei mir auf der Werft in Friedrichshafen nach Bodensee persönlich vorzustellen. Sollte sich alles so verhalten, wie mir Ihr Braut schliebt, wird einer Einstellung als Lobziffer nichts im Wesen stehen. Mit freundlichem Gruß, Ihr Graf Zeppelin, meine Miete. Frau Busesbach, was sagen Sie? Ein blinder Hahn findet eben oben ein Kohl. Du musst dich beeilen, wenn du jetzt ohne was zu kriegst. Oh fuck! Fritza, du kannst jetzt wieder Tante zu mir sagen. Spann! Bitte, du bist ein Engel. Das werde ich dir nie vergessen. In halben Jahr ist Hochzeit. Und heiraten, das kann ich nur in meinem Belli. Und die Hauptsache, mein Sehen, den habt. Puh, puh, puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh Musik 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 Ich bin in der Kirche nicht so schnell, wie du denkst. Ach, ich erinnere mich noch, wie wir vor ein halbes Jahr meinen Schulze-Jahre hatten hatten. Der zog sich hoch so ein bisschen. Also ich nur bin die Sache der Dachung so hingezogen, damit die einzig schöne Erinnerung, die man an der Ehe hat, nicht auch so kurz ist. Ehe, was hier lück, was hier lück, was hier lück. Ich hab ja nie mal, ob das einiges sagen ist und muss das schnell für mein Wann nicht. See und will nach Essen und voll auf hier. Willst du nach dem Traumfakur stelle? See und will? Ah, wie krieg ich dich gehört? Moment mal, sie sind doch der Karte losgestärkt. Hier wird hier, ich hab den verschwarten. Ich habe mich verwechselt. Ich bin ja schon seit Lagen und mit Ella verlobt. Ich bin seit Lagen und mit Ella verlobt, sondern wir werden losbleiben. Die Karte nehme ich längst ab. Fritze! Er fliegt! Aber nicht weiter, was rauskommt, was wir besser. Hör runter, Vorsicht! Bitte! Wir gratulieren dir! Wir? Und spätig, wie bald die erste Luftpost! Jeden Tag wird die Kinder normal in der Schule auswendig werden müssen. Meinem lieben Mitarbeiter Fritz Stempke und seiner Gattin Marie, die herzlichsten Glückwünsche zur Hochzeit. Graf Zeppelin und die Besatzung des ersten Luftschiffes. Unser Zeppeliner Liebe! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho! Ho, 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 ho, ho! Weil wir alle gerade so schön in Stimmung sind da, Frau Harit-Gerlinge zu lassen. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho, ho! Noch nicht! Noch nicht! Der Lämmermeier hat ja noch eine Überraschung vor. Und er schneidet und ist Astrolog. Nun machte Gott Musik auf! Ho, ho, ho! 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 Meine liebe Marie, liebe Fritze, unsere Straße hat sich in die Wahl ausgedacht, euch gemeinsam zur Hochzeit zu kandidieren und mich haben sie aufgeregt euch die Glückwünsche, die wir bringen und reden wir hoffen, die euch als der schönste Hochdeutschmann. Nennen Sie alle mit mir den Ruf ein, unsere Marischen Städte und ihr Fritze. Ich lebe hoch, hoch, hoch! Ich bedanke dir. Nun, nun haben sich alle meine Wünsche enttraunt, Beikommen oben, arbeiten durch am Bodensee und heiraten in meinem Berlin. Berlin höre ich den Namen bloß, da muss ich fröhlich lassen. Dann kann man doch mit wenig Wunsch gewinnen werden machen. Warum lässt man auf der Tschüss an, der alle oben platzen? Warum ist man das Heimatland, der in Berliners Land? Ja ja, ja ja, ja 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 ja, was macht die Berliner los? Ja, das ist toll, bis in Berlin nach so uns. Ach, glaub ich F addendich ähn, unter Berufung, behavioses Mann suitcase monopol oder ob einen Treffvertrag zu isolieren. Ja, 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 PR más, Relax. Ja, 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 Monte什麼 sprich. Da bin ich dich, da war je also mit mir吗? Ja, das ist klar wir давайте beim Ausgabe. Alleine Straßenbahnen, die haben sie eingebauten. Und manchen schönen Straßenbahnen, wie zu schnell die Brücke. Jetzt wird der teure Ruhbahnpreis, die Leute müssen wieder. Du schreibst nach der Straßenbahn, du hast noch nicht so ein Fehler. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, ja, was kommt die Berliner? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Nein, doch darfst du nämlich wörtlich nehmen, sonst sitzt wir in der Halle. Wenn wir an China sagen, weigern, wir können sie alle. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.